Die Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich am Nun von der Lenk für den Plan von einem Jahr politisch einbricht am Parlament und außerhalb des Parlaments. Und ich glaube, ich würde euch vielleicht bitten, ein Jahr umzustoßen, ob die Glanzsturm vom lützebuerischen Parlamentarismus, die gestern der Schamper stattfindet. Als Schamper wird es fertig bricht, innerhalb von ein paar Wochen gleich mit großer Majorität zwei Rettungsschirme aufzustimmen, den EFED-Banken und den Ernern für Eisministern. Den EFED-Banken, weil wir sind es ja alle gut bewusst, dass der sogenannte Rettungsschirm, den MES, dass der Rettungsschirm hauptsächlich nicht dazu dient, für den Vollegang in Europa die Situation zu verbessern, sondern hauptsächlich dazu dient, ausgerechnet dem Finanzsektor in den Term zu greifen, den Hauptverantwortlich als für die Krise, an der wir am Moment stehen. An der Rettungsschirm für die Ministerin, das war also Gischt, ich stricke mich nicht aus, will das nicht, er kann das doch nicht über Schuld oder Unschuld von dem Engen oder von dem anderen Bedehlichten an den Auseinandersetzungen. Par contre, sind ich der Meinung, dass das, was Gischt an der Schambe geschieht, das Graf rechtsstaatlich frohen obwerft. Das, was schon bei Gischt gemacht wird, die Mise en Akquisation, die beruht tatsächlich auf einer Bestimmung an dieser Verfassung, insofern ist es also formal nicht verfassungswidrig, was Gischt geschieht. Das muss ich aber so sagen, den Artikel an der Verfassung, ob den sich die Decision von Gischt beruft, da das in Disposition transitoire, und zwar in Disposition transitoire, die zentral 150 Jahre so an der Form an der Verfassung steht. Lange das müsste ich eigentlich hellhörig machen, bei Rapport zu der, ich gebe aber wirklich so eine Rechtsstaatlichkeit von der Verfassung selber, weil es widerspricht die Menge nicht wirklich dem gesunden Menschenverstand, weil es nicht der Jurist sind, dem gesunden Menschenverstand, weil ihr seht, es kann doch nicht sein, dass eine Disposition transitoire die 150 Jahre lang an der Verfassung steht, an der Gischt, an dem Durchfall, und gewandt. Und es hat schon eine Möglichkeit gegeben, ohne die Verfassung zu verletzen, aber wir bleiben auch dabei, die einzige Prozedur an dem Durchfall, immer nach der Präsumption d'Innoissance, hat doch an der Bestandung, dass das Parlament seine eigene Rechte wirklich ausgenutzt hat, nicht Prokureur gespielt hat, sondern seine eigene Rechte ausgenutzt, für eine Enquete zu machen, also eine Kommission, eine Regelrecht-parlamentarische Kommission und Enquete, da wäre das ganz proper für unsich gelaufen, unabhängig davon, was dabei rauskommen wäre, und ob er nur Penalswitten kommen wäre oder nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich kriege die Fischen oder Halsdorf, hätte ich das wesentlich lieber gehabt, weil er lossteht nach immer der Verdacht am Raum, an der Öffentlichkeit, geht wohlverstanden. Ich meine noch zu Recht, dass was gestern in der Schambe geschieht, das interpretiert als eine politische Kuvertüre von Ministern, ohne dass täglich durch eine seriöre Enquete gewissen wird, dass sie unschuldig werden. Die zwei Rettungsschirme haben gemeinsam das Grafrecht, die zwei, den einen, also den Rettungsschirm für die Banken, die für die Ministerin haben gemeinsam, dann am Bedefall, Graf rechtsstaatlich, an verfassungsmäßig bedenklich, wir angeschlagen, sowohl was Prozeduren betrifft, wie auch was den Inhalt betrifft. Aber gemeinsam haben die zwei Affären auch die Bedenkenlosigkeit mit der mehr, heute in Lütze, wo ich über die Sofrauen an der Schambe weggehe, und ich muss auch sagen, wenn in der Navi vom Staatsrott guckt zum Rettungsschirm, auch die Bedenkenlosigkeit mit der Staatsrott, die sich eigentlich dafür durchfassungsrechtlich prinzipiell seriös zu holen, mit der Bedenkenlosigkeit, dass auch denen über die Problematik weggeht, die sich durchstellt. So, nachdem wir dann den Rettungsschirm, ich bleibe ein bisschen bei Europa, das hat ich mir so ausgemacht, und dann kommen wir auf die parlamentarische Bilanz heute zu Lützeburg zurück, so haben wir den Rettungsschirm gestimmt, heute zu Lützeburg, heute zu Lützeburg, heute zu Lützeburg, heute zu Lützeburg, und ich meine, in ganz Europa, wurde man dann gespannt, ob das, was der deutsche Verfassungsgericht am Hirscht sieht, weil ich nicht kann, wie sie herausgesehen. Ich habe nur dem zu wenig eine Konklusion, dass das Verfassungsgericht kommt, als den Rettungsschirm Römmenkärer Makulatur, und da müssen sie auch Römmenkärer vor viel verhandeln. Ich fand jedenfalls, dass die deutsche Verfassungsgericht dort vor mir seriös wurde. Sie wäre ja gedrängt gewesen, sie müsste ganz schnell eine Entschädung treffen. Sie sind von der Regierung gewarnt gewesen, was ja auch ein Römmenkärer verfassungsrechtlich vorabwerft. Wieso kann eine Regierung Druck ausüben, ob eine irgendeine juristische Instanz? Das hat aber im Deutschlandmanifestement geschickt. Die Verfassungsgerichter holen sich ja wohl auch mal ein bisschen laut, davon hat er nicht bei Androken gelohnt. Er hat gesagt, mein Mann, das geht nicht so schnell, wie er das gerne hat. Sondern wir holen uns Zeit, weil wir holen die Klonen, die da angerichtet sind, die sind seriös. Und die Leute, die die Klonen angerichtet, die sind auch seriös. Das sind nicht nationalistische, deutsche Souveränisten oder nach Schlimmeres. Das ist auch nicht nur die Linke, sondern die haben sich am Fonds geholt. Das ist auch nicht nur der Überschluss, sondern da das beispielsweise eine freie Justizministerin von der SPD, da das einen renommierten Staatsrechtler, einen renommierten deutschen Staatsrechtler, Christoph Degenhardt, den ich denke, will zitieren. Auch da das kein Rühr-Souveränist, sondern da das beispielsweise eine Staatsrechtler, die noch engagiert, das an einer deutschen Assoziation, die heißt, mehr Demokratie. Und das sieht aus, dann auch ein Wadet, denen eine Person geht, bei der Klon. Heute Lützeburg geht mir relativ frisch, fromm, fröhlich über die Problematiken weg. Wir haben früher geschwärt von einem demokratischen Defizit an der Europäischen Union. Wir sind entretien bei einer regelrechten Krise von der Demokratie. Und kommen, die riskiert dazu zu feiern, dass die Europäische Union die Legitimation verliert an Europa, an einem dauerhaften Krise gerät. Das wird mehr nicht begreifen. Wir sind für eine Europäische Union, allerdings nicht für die, wie das Loh gefordert wird. Die Fehlkonstruktion, die Loh besteht, die geht eigentlich um 24 Jahre beim Vertrag von Maastricht. 25 Jahre am Februar, am Februar 1992, als der Vertrag von Maastricht signiert ging, das hätte ich schon erwarten können. Am Februar 2012 hatten wir heute die Lützebüche Friedenfeier gemacht, um den Maastricht-Vertrag zu feiern. Weil demnach das dann nämlich gefeiert ging. Davon haben wir nicht gemerkt. Ihr braucht Kurs. Irgendwie schenkt aber eine gewisse Schäden zu bestohlen, was die Situation in Europa betrifft. Der Fehler von dem Maastricht-Vertrag wird nicht daran bestanden, eine Währungsunion zu schaffen, sondern der Fehler wird daran bestanden, die Währungsunion nicht zu ergänzen mit Kaderbedingungen, die wirklich Europa gestärkt hat. Und dazu hat die Geheer dann koordiniert Wirtschaftspolitik, eine koordiniert Sozialpolitik, eine koordiniert Steuerpolitik. Am Platz aus der Kontrolle geschieht. Die Staaten haben sich gegenseitig europäisch, machen wir Staaten gegenseitig Konkurrenz gemacht, sowohl was Steuern betrifft, sowohl was Sozialleistungen, Plänen und so weiter betrifft. Übrigens, ich bin froh, dass wir immer im Raum stehen, wie wir heute 2005 diskutiert haben, über den Verfassungsvertrag. Da haben wir gesagt, dass wir alles viel besser gehen können, weil wir eine Sozialklausel sind jetzt endlich dran. Die gibt es dafür so, dass alle Decisionen in Europa sozial verträglich wären. Da freue ich mich, was sozial verträglich ist, wenn wir gucken, was in Griechenland geschieht, was in Spurien geschieht, und so weiter und so fort. Und auch die demokratischen Prozeduren, die eigentlich nur Maastricht oder bei Maastricht hätten, müssten verstärkt gehen, da das nicht geschieht. Das Europaparlament, trotz denen ein bisschen mehr Pouvoir, die es tut, das gerade so wie die Nationalparlamente am Moment ja quasi entmündig durch das, was ich wirklich nennen, den neuen europäischen Despotismus. 20 Uhr, 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre, das ist ein Titel von einem Werkchen, von einem Gruppement von franzäischen Ekonomisten, die sich nennen Ekonomist-Atterré an die Mainstream-Politik, an die Mainstream-Ökonomie an der Europäischen Union ganz heftig kritisieren und auch europäische Propositionen machen. Den Dr. Professor Dr. Christoph Degenhardt, den heute mit dem Sänger nicht zu dienen, worüber sie noch nicht geschrieben haben. Den Matt Kleer aus dem EMS in Deutschland, dem Fiskalpakt, geht nach dem Dritten natürlich für Gießenhausen, den europäischen Träte, der schreibt, Ebe Justat Maastricht übertrifft, schreibt an einem Artikel, den er publiziert wird, er hat den Titel Missachtung rechtlicher Vorgaben bei der Umsetzung der Währungsunion, schreibt ihn zum Schluss, seinerzeit wurde die Frage gestellt, Maastricht ein Staatsstreich? Fragezeichen. Kommt es zur Fiskalunion ohne ausreichende demokratische Legitimation, dann wäre das Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen zu ersetzen. Das ist also kein Stimmen von Radikal-Links, sondern von einem renommierten deutschen Staatsrechtler. Das sind aber überträgt, das auch als Lütze, wo ich am Herst den Fiskalpakt rummengere, frisch, froh und fröhlich, wo eine ganz große Majorität im Parlament bestimmt gibt. Das EU-Parlament sieht zwar den Dritten wäre überflüssig, geht aber mehr weit. Die selbeste Ökonomisten, die in einem letzten Wirtchen herausgegangen haben, sich auseinandergesetzt mit dem Dritten, der in dem Fiskalpakt lebt, L'Europe mal 3D, das ist ein Wortspiel. Ich fand das Wortspiel nicht schrecklich gut. Darum geht es aber nicht. L'Europe mal 3D, also 3D großgeschrieben, Wortspiel mal 3D. Okay, gut, egal. Ob Wortspiel gut oder schlecht, dass das Engfro, was aber da steht, müsste eigentlich nicht für ihn zur Kenntnis sein, den ich mit der Frau auseinandergesetzt. Sie sagen, dass da läuft daraus eine perpetuelle Austerität in Europa. Es läuft daraus, ob ein graven Risiko von einem Zerfall von der Eurozone an, ein Rätrississement mortell, der Demokratie und den großen Benefis der Forsten Xenophobe und Autorität, die wir ja schon in Europa haben gesehen haben. Hier stehen wir dann zu Lütze, wo ich heute auch eine Debatte über die Konstitution – wir wollen die auch ganz wichtig – das wird ja auch im größten Sinn, wie wichtig das tatsächlich eine Revision der Konstitution ist. Wir mängeln aber, die allererst vor, die bei der Debatte muss gestalten, dass, welcher Wert die Konstitution überhaupt nachholt, welcher Wert als demokratische Grundrechte überhaupt nachholt, wem wir sie können verteidigen, auch wem wir sie können ausbauen, urgesichts von dem, was an der Europäische Union geschieht. Das heißt also, dass ein Debatt über die Nationalkonstitution heute nicht mehr durchgeht, dass ein Debatt über die Nationalkonstitution sowie auch über Nationalgesetze immer muss mit abbeziehen, was im europäischen Plan geschieht. Und dafür sind wir der Meinung, dass eine Immerorientierung von der Politik zu Lützeburg auch nicht geht, ohne eine Neugründung von der Europäischen Union. Ja, merci, Anna. Also, ich, mehr könnte ich dann darauf gehabt, weil so, habe ich ein bisschen Konklusionen zu zeigen, als er erbricht am letzten Jahr an der Schamber, ich will für dich zuhören, dass er ein Kollektiv erbricht, dass er nicht erbricht, nicht mehr von einem Deputaten lang, dass wir es in anderen Jahren aus der Zeit, wo er selber Deputaten war, mehr beteiligt, als die Linke, ganz stark und erbricht, in anderen Jahren, wo er selber nach vier und engem Jahre Deputaten war, und wir beschränken das nicht, ob die parlamentarische, aber ich, wir müssen auch bei den Sprechern vollziehen, für eine Probe meint, Fabian Lenz, weil er aber dann auch in der Mitte entscheidet, dass Anna David Werner sich neue Sprecher genannt hat, dass ich sie vertrete, noch als Partei, mehr nur bei uns, und das ist nicht parlamentarische Plan. Das macht Baum, Heibannen, das helft als ganz effekass bei der parlamentarischen Arbeit. Ich muss auch sagen, wir sind unendlich verstärkt, die letzte Zeit, wir sind an der Gemengerät viel mehr stärker vertrat, drei von uns Heibannen sind zum nächsten Oktober das letzte Jahr Gemengerät, ein davon waren allerdings auch schon vier drinnen. Ich meine, die Längers insgesamt nicht stärker an der Öffentlichkeit vertrat, und man sieht noch, das habe ich für in allem du, für in allem an der Öffentlichkeit, weil politische Kräfteverhältnisse der Westen an der Schammer sind nicht so, dass du viel Mouvement gibt kommen. Wenn du Mouvement kannst, kannst du an der Gesellschaft. Für wer das steht, ich meine, da geht es verschiedene Ursachen dafür, es kann nicht auf alle gute nachgehen, aber ich meine, das mal für dich, den Blockage durch eine Zentrale Partei am Land der CSV, das ist ein effektiver Blockage an der Gesellschaft, und da können wir noch dabei die Fixierung von den größten Oppositionsparteien und auf eine Regierungsbedelegung, der CSV, das ist die Möglichkeit für einen parlamentarischen Plan, ein Längsblock aufzubauen oder auch mal eine Allianz aufzubauen an punktuellen Frauen. gegen die Austeritätspolitik oder gegen die neoliberale Strukturreformen, die am Gang sind, zu kommen, am Land selber und auch viel beafflust vom europäischen Volley, die darunter ist natürlich der Moment nicht zu denken. Der Konträttenfall hat das in der Summe von den größten Parteien an der Schamba an wesentliche Frauen. Frauen, die ganz wichtig sind, weil sie die Lohnstruktur insgesamt betreffen, das Verhältnis von der Abdehlung vom Reichtum an der Gesellschaft und so weiter. Ich will einfach nur zwei Beispielen nennen die symptomatisch sind dafür. Das ist die index Manipulation an Trendenreform. Wo wir es zu tun haben, an diese Fragen, nicht nur an denen, noch an andere, noch an andere wichtige Fragen. Wo wir es zu tun haben, man denkt, man weiß, dass ein Regierungsblock von CSV, LSA, PDP an die Kring. Eine Einheitspartei wo es um Wurst geht. Aber wir fanden das bedenklich, weil die Wurst, die es da geht, das ist ja das Interesse von den Leuten, die violiert gehen an der Schamba, wo es um soziale Verdehnungsfragen geht, wo ja in Wirklichkeit das geschehen am Interesse von den Leuten in Europa, in Zulitzburg, die die meisten suchen. haben. Es hat sich da griff abgemäht zwischen der Schamba-Majorität, der großen Schamba-Majorität, an denen die Interessen vom Salariat an der Gesellschaft vertreten, der Gewerkschaften. Das ist eine gleiche Situation. Die klassischen Allianzen, die in Zoskis zwischen Gewerkschaft und Politik, die sind wesentlich gesteuert. Die spielen nicht mehr. und die Gewerkschaften von und außen bei die Lenk kein Relief mehr an der Schamba. Ich meine, das ist auch noch verstärkt, dadurch, dass 70 Prozent sogar von den Leuten, die hier schaffen, kein Wahlrecht tun, auf Wirklichkeit. Das muss ich sich auch vorstellen von der Repräsentativität von der Schamba, wenn sie so Decisionen hält. Ich meine, effektiv, der Verleving wickering als ganz symptomatisch, weil sie auch nicht mehr von anderen Aspekten auf die André Hoffmann hingewiesen hat, die zentrale Rolle auch von der CSV weisen an politisches Spiel. Die große manövrierungsfähigkeit, inklusive vis-à-vis von der Justiz, auf hierzu soe Resolutionen zu feiern, wie man sie gestern erlebt hat. Dann noch eine Menge von der Vielfaltigkeit von Parteien, die am Anfang den zentralen Block durchstellen an der Gesellschaft, von denen, die nicht für wirklich gesellschaftliche Änderungen antreten. Ich höre eine Menge ganz klar gewissen, die auch gewissen Verstreckung von der LSAP, die auch eigentlich eine richtig klassische, längst Parteiast, die Verstreckung von der LSAP mit zentralen Machtmechanismen am Staat. den Ökonomies-Minister und so weiter. Auch übrigens inklusive auf verschiedene Gemengenpläne, muss ich dabei sein. Und dann natürlich Tollefherzigkeit von denen, die auch immerhin sich selber als größte Oppositionspartei bezeichnen, wo ich auch Richter gebe, dass die Opposition der Majesté, so wie das mal in England gesagt wurde, als Majesté, als dort Königin, wie nicht heuer, als Grand-Dougas im Englisch nicht. Das vielleicht nennen, an denen sich als Sonnenkönig gesagt, für Lützeburg, an denen sich all die Spielerchen da machen. L'État, c'est moi. Ja, da hat das wohl eher gewischt. Ich meine noch, dass es nicht mehr rücken könnte, L'État, c'est moi. Ich meine aber, dass die Gefahr besteht, dass hier auf der TV verschiedene Pferden gezogen sind, die nicht mehr normal sind. Ich meine noch, dass in dem Kontext, wo wir als Rolle sind, andersherum. Das ist eine fundamentale Opposition, die man will sehen, andersherum. Das ist aber nicht die Resistenz, die wir da machen. Weil konkret Veränderungsmöglichkeiten, wo man da wenig oder, ich gebe sogar so, gut an Veränderungen, die sich machen müssen, aber das geht nicht mehr vom Abbau von einem Widerstand am Land. Wir unterstützen natürlich alle gewerkschaftliche Manifestationen gegen den sozialen Aufbau. Wir bitten noch die Gewerkschaftentribünen aufhören, wo sich der Widerstand artikulieren, aufhören kann. Ich wollte mich daran erinnern, dass wir das Jahr ein großes Meeting mit allen Gewerkschaftspräsidenten über den Index werden gleichzeitig das Index gesetzt, mit großer Majorität an der Chamber verteilt. als alle Gewerkschafts- Präsidenten bei der Linken kommen, und wir haben zusammen ein Meeting mit über die Frauen zu diskutieren. Wir haben noch kurz ein Meeting, ein Konferenzdebat, mit Gewerkschaftsverträtern, wo wir über die Renten diskutieren und über die Widerstand dieses Jahr zu machen. von der Rentenreform beteiligt selbstverständlich die große Manifestation von den Gewerkschaften. Aber wir sehen noch ein bisschen die Zeitung, die wir an alle Häuser verdeelten, als Beitrag zur Aufklärung an denen frohen. mehr selber als die Lenk, wenn wir eine politische Plattform sind für Veränderungen, weil die Lenk nicht stark am Land sind, weil doch am Parlament die Aktion von der Lenk mehr Resonanz findet. Beispiele am Ausland weisen übrigens, dass sich sehr, sehr können entwickeln, dass Veränderungen können kommen, an der Gesellschaft, am Parlament, ganz sehr. Eine Partei wie Syriza in Griechenland wird sich ganz sehr entwickelt von einer Partei an der Gräse, wie EISA, wird sich ganz sehr entwickelt von entschädten Parteien am Land vom Motor vom Widerstand gegen die europäische Austeritätspolitik. Wobei ich nicht will sagen, dass wir in den nächsten Jahren also so werden entwickeln, weil auch den Moment der sozialen Aufbau zu Lützeburg noch nicht so entwickelt als wie Griechenland. Überall an alle Ländern gibt es Möglichkeiten für eine Serie-Oppositionskraft, die auch mit dem Außerparlamentarischen verbinden, gibt es Möglichkeiten für sich weiterhin noch stärker zu entwickeln. Ich meine aber den Motor sowieso von der Veränderungen am Land, dass die Leute sich selbst organisieren, dass sie sich sehr an der Hand holen, nicht nur an sozialen Frauen, sondern auch an Frauen für Grundrechte, Frauen für die Überwachungsstaat, wo wir auch sagen, erleben, Manifestationen, erleben oder an der zentralen ökologischen Frauen. Die hat eine neue Dimension geteilt. Das kennt auch bei der ökologischen Vorstellung, die gesellschaftliche Vorstellung, froh, wie Proprietätsverhältnisse sind, froh, wie transparent öffentliche Decisionsmechanismen sind. Das ist immer eine Merke beim Dossier Leving Wittring. Auch die Gründen mussten sich denen froh stellen um ökologischen Plan. Sie haben doch besser den Fonds verloren, mit denen grundsätzliche Frauen, diese an ihrer Gründungszeit aber noch abgeworfen. Sie sind gestionär, auch denen von kapitalistischen Interessen auf verschiedene Funktionen. Wir haben zum Beispiel der Staat, wo wir am Schäferot sind, am Fungerleichter den geistigen Standpunkt zu gesellschaftlichen Revondikationen an der Hinsicht durchstellen. Ich meine noch, alle gesellschaftlichen Bewegungen sich immer den froh stellen müssen. Auch Neuparteien wie Piraterpartei müssen sich die Frauen an Zukunft stellen. Das ganze politische Spektrum, das politisch mehr liberale Spektrum kann durchstellen, mit mehr Bereicherungspunkten haben, wichtige Fragen von Menschenrechten, demokratischen Funktionen und so weiter, müssen sich immer mehr die Fragen stellen, weil solange die Fragen nicht gelöst sind, wie bestimmt, und wie bestimmt, können keine wesentlichen Avansemente an der Gesellschaft kommen. Ich glaube, dass die demokratische Gesellschaft transversal auf allen Niveau stellt, das von der Souveränität, von voll wie bestimmt vor, Planungsinstrumente, die an diesen Zeiten kommen, gehen immer mehr opack, dunkel kann man also mal gesagt gehen, mehr zentralistisch, zum Beispiel neue Gesetze, die auch gigantische Menge und noch den Absprachsmäßigkeiten von den Leuten, an ihre Gemengen, viel Terrain und Zeilen. An all diesen Gesetzen verstoppen sich natürlich, konkrete Interessen verstoppen sich, eine Reihe von Flavio Becker, eine Reihe von Promoteuren, eine Reihe von Immobiliegesellschaften, die immer mit Form anhören von Regenrechten, Immobilienfungen von Finanzwirtschaft, Verbindung von Finanzwirtschaft, Immobilienwirtschaft, geht gerade zu Lützeburg immer mehr stark. Dann natürlich die europäische Frau, ich meine die Länder hat alles dazu gesucht, das gibt natürlich dem Ganzen eine ganz andere Dimension, es stellt sich schon nicht vor von der Souveränität vom Lützeburgischen Parlament oder von einer Parlament, es stellt sich froh von der Souveränität von den Leuten vis-à-vis von wirtschaftlichen der Souveränität geholt gehen. Es hat zwar nicht in Debatten zu dem Thema an der Schammer gefehlt, es waren die Zeit von Lützeburg so viele Debatten zu europäischen zu europäischen Themen, mit allen guten Themen. Und theoretisch, theoretisch, als das natürlich war, wenn ich an Betracht sehe, dass die Redezeit in der moyenne drei Minuten sind, dass man begrenzte Prozedur mitteln hat, dass man keine Berge können zum Beispiel aufruhen und so weiter, aber ich gebe aber so ein praktisches als das gewünschte Fall, weil auch als Einzel-Dissident-Stimm, dass man einen Film gewünscht. Ja, ja, ja. Als Einzel-Dissident-Stimm, in Englisch geht er noch am Kader vom Lützeburger Parlamentarismus, es hängt viel für die Presse auf, ich meine auch, dass der Dorf ja so zählerisch heiß ist, ich hoffe das. Der Orchester hört immer den am besten, der falsch spielt. Du willst also so immer die für falsch spielen? Nein, nein, nein. Falsch spielt als relativ. Ja, ja. Falsch, aus ihrer Sicht falsch. Es hängt doch, ich meine, ich muss noch ganz andere audiovisuellen Mitteln auch inklusive über den Schamba-Kanal und über die Mitteln, die es da gibt. in der Zeit, wo ich noch draußen bin, wo ich zum Beispiel konnte in 42 die Bären teilholen, aber man hat immer jederzeit wie gesagt, während 40 Schamba-Wochen das vier dreimal an der Woche an der Mojell. Das ist ein Kollektiv, das wir an der Schamba machen, wie gesagt. Wir schaffen alle guten. Das ist natürlich auch begrenzt durch physische Möglichkeiten von einer menschlichen deputaten, und das ist ganz klar. Auch wenn wir viel mehr auf jeden Fall sind, aber man hat immer wieder in der Schamba die Stimmen von der Linken auch am Parlamentarischen Gremium besser resonieren zu lassen. Voilà, so, ich danke Ihnen.